Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich dieses Tutorial gespielt habe, dass ich dann im Online-Modus reinhau ohne Ende. Okay. Oh shit, dude. I'm fucking invisible. Ich recall mich jetzt nach Hause. Oho. Ich bin so gut in dem Spiel. Double Kill. Boah. Ich bin wirklich ein richtiger Fuchs. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zu meinem ersten League of Legends Video. Ich habe euch ja versprochen, beziehungsweise ihr habt auf mich eingeredet, dass ich doch endlich mal eine Runde neuen spielen soll. Ich bin da ja ein totaler Kack-Noob, ne? Aber wisst ihr was? Ich denke, morgen sollte ich auf Platz 1 der Weltrangliste sein, wo ich ein Pro bin. Ich habe viel Pokémon gespielt damals und das ist eigentlich das Gleiche. Tutorials. Tutorials hört sich schon mal gut an, oder? Soll ich mir ein Tutorial einziehen? Oder spielen wir mal direkt? Aber PvP können wir nicht, okay? Ich schaue mir, glaube ich, doch mal ein Tutorial an für alle Fälle, denn, ähm, weil ich so gut bin. Basic Tutorial. Press OK to continue. Ich finde es schon echt ein schwieriges Tutorial. Hallo, flüsterst du gerade oder was? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Gut, gut, das kenne ich alles schon. Vielleicht war das ein Fehler. Kann ich jetzt mal weitergehen? Fog of War, hallo? God of War. Ja, ich bin saugut in dem Tutorial. Mach ich easy. Den mach ich dir easy weg. Es laughed. Ja, ich habe jetzt meine W-Attacke angefallen. Achtung. Buh, 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 buh. Oh, krass, oder? Press the D-Key to activate the heal summon spell. Okay. Man kann mit B jemanden zurückrufen. Wissen vielleicht einige von euch ja nicht. The Shop. Aha. Mach ich. Kaufe ich. Ja. Ah, ist schon ein schwieriges Tutorial. Okay. Head on. Apply directly to the forehead. Head on. Papa! Ah, oh ne, die machen uns kaputt, ne, jetzt, oder? Tja, haben sie gedacht, sie können unseren verschließenden Turm down machen, ne? Aber nicht mit mir. Leute, ich fühl's. Wisst ihr was? Ich merk's, Leute, ich merk's, ne? Tja, du blöder Turm. Dich machen wir tot, mhm. Guck mal, wie wir sie zerstören, ey. No chance. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich dieses Tutorial gespielt hätte, dass ich dann im Online-Modus reinhau ohne Ende. Okay. Oh nein, da ist ein Rampion. Aber ich bin doch erst Level 2. Oh, ne, jetzt, oder? Oh, geh weg. Hopp, helf mir doch jetzt mal. Dreck bonkert. Das nächste Champion-Enemy-Drohn. Okay. Ich geh einfach in unseren Turm und er schießt den ab. Das ist ne mehr normal, ne? Guck mal, wie ich schon nicht rennen kann. Alter, hat er nicht damit gerechnet. Aha. Bumm. Und jetzt werde ich gebummst, du Dreck-Sau. Enorm. Ich bin enorm. Okay, keine Ahnung, was das ist, aber ich mach's. Ich mach's, Alter. Ich mach's jetzt. So wie früher, bevor McDonald's. Gehen wir jetzt einfach ins Drive-In? Einfach zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Sollen wir uns das echt trauen? Ich mach's, Männer. Boah, ich mach's. Ihm, 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 die Tore kaputt. Ist das ne Frage? Ich will's doch nicht mehr spielen. Das Spiel. Haha, war ein Scherz, Leute. Wie direkt alle ausrastet. Krass. Jetzt haben wir Super-Minions. Tja, ich bin auch Level 4. Hast gesagt, du kannst mich ficken, ne? Ne? Oh, yeah. Wir destroyen dich so richtig, du kleine Slut. Guck mal, die Minions, wie sie mir helfen. Locker. Und ich kann auf D einen Heilungsspell machen. Naja, ich kann mich schon wieder aufleveln. Ach du Scheiße, ey. Krass. Ich weiß nicht, ob es schon mal so weit war wie ich. So, wir machen jetzt den Hi-Bi-Bi-Tore kaputt. Äh, der Nexus meine ich. Das war der Hi-Bi-Bi-Bi. I'm gonna shot you in your face, Nexus. For the... Felix. Victory. Ah, das Spiel ist ja ultra einfach, ne? Ach, das find ich recht schnucklig. Leute, ich bin jetzt nochmal direkt in so einem Battle-Training. Schön laut jetzt. Gut. Okay. Macht den, macht den. Ich bin natürlich der Arsch. Ja, ja, ja. Ich hab doch eben der Arsch gespielt. Finde ich gut. Okay, so. Ich hab damit schon mal ein Statement gebracht. Wer braucht denn Skins? Okay. Ich glaub, ich weiß, wie das geht. Hab ich ja eben schon gemacht. Pissbecher. Okay. Ich hol mir mal ein Starting-Item. From the Shop. Äh, halt. Ist der Shop hier? Wo ist denn der scheiß Shop? Ah, hier. Nehme ich mir jetzt Boots of Steel, äh, Speed oder ein Schwert. I deal das Schwert. Halt, wie viel Geld habe ich? 500. Ah, dann nehme ich das Schwert. Das ist ganz klar. Free? Lese ich da gerade free? Ich kenn mich da zu wenig aus, um hier irgendwie sowas Kostenloses mit zu ergattern. Ich will mir eben mal Inventar reingucken. Ist es auf i? Ah, ne, da unten ist es. Es ist alles in einem, in einer Übersicht. Finde ich tight. Ist es hier Bottom Line? Ist es hier die Bottom Line? Oder ist es Midlane? Ich nehme an, Midlane ist die Mitte. Das sind unsere, ähm, Spawner, oder was? Kann ich vielleicht Muldestor nehmen, oder, äh, wie sieht's aus? Ich habe das nämlich schon mal irgendwo, irgendwie vor hunderten von Jahren mal kurz hier spielt, das Spiel. Und man muss die Monster kaputt machen, um sich schon mal ein bisschen zu leveln, ne? Mh, ist wichtig. Aber, aber das Monster ist irgendwie stark. Ach, wisst ihr was? Auf einmal habe ich gar keine Lust mehr, mit dem Monster zu kämpfen. Das ist so viel zu stark. Ich recall mich jetzt nach Hause. Oha. Ich bin so gut in dem Spiel. Ich habe gehört, dass es mit die saltieste Community haben soll, dieses, dieses Spiel. Ah, Tränkel, sehr gut. So einen Tränkel kann man immer gut gebrauchen, ne? So einen Tränkel. Wo ist er jetzt da? Auf zwei. Den könnte ich jetzt auf zwei benutzen, den Tränkel, Leute. Sehe ich das richtig? Wenn ich jetzt auf zwei drücken würde, würde, kann ich hier alles machen? Das sind die Short-Tasten. Was ist denn das? Kann ich das jetzt mal machen, oder? Einfach nur, um es zu testen. Schreib mich nicht an. Okay, das stort, stort irgendwelche Charges. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich muss schon mal direkt mir einen Gegner aussuchen. Ich nehme das Arschloch da. Ne, ich muss erst die Monster fisten. Ich musste mich mein Level ultra hoch machen, damit mich keiner kaputt macht. Was ist das hier oben, diese Kleinen? Ist das sein Schild? Ne, ne? Ah, ne, das ist sein Mana oder seine Wut oder wie das hier auch immer heißt. Ja, ja. Tja, ich habe einen Trank dabei, Münsterchen. Du hast keine Chance gegen mich. Ich kann mich noch heilen. Bei Bedarf. Haha. Jetzt bestaunen. Boom. Wir sind einen Menschen. Ah, da kann man sich verstecken im Gras, gell? Der ist mal unsichtbar. Oh, shit, dude. I'm fucking invisible. Ich will mal da hoch. Hier will ich hin. Wo gehst du jetzt lang? Aha, Krabben. Endierst davon oder was? Ist das so ein Meierlerk? Was macht denn der? Nice, sehr gut, Leute. Ich muss mal eben noch diese Sumpfkrabbe hier killen. Ah, ich heile mich sogar ganz langsam wieder von alleine. Geil. Guck mal, wie ich mich angreifen wollte. Aber ich bin so gut. Aha. Wow. Was ist das? Was ist das jetzt in der Mitte hier? Boah, der ist bestimmt sau schlecht. Fuck. Vor der große Drache auf einmal. Oh, shit. Jetzt natze ich sie. Jetzt natze ich sie. Achtung. Bam. Komm. Ja. Und jetzt renne ich davon. Ich kann nämlich ganz schnell laufen. Ne, 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 ne. Ich bleibe jetzt hier am Start. Ich werde jetzt richtig krass mich aufleveln. Oh mein Gott. Wie, der ist auch schon Level 2, der Bot. Hä? What the fuck, dude. What the fuck, that can't be. Der Bot kann doch nicht einfach das gleiche Level sein wie ich. Wo kommt man denn da hin? Ich kann mich aufleveln. Was ist das hier? Warte mal kurz. Hawkshot. Oder? Ich mach mal kurz das im Fokus. Watch out. What? There are very few ally minions remaining near the turret. Ja, ich weiß doch. Oh, shit. Ich versteck mich jetzt hier und geh schnell nach Hause. Oder warte mal, ich hab nen Trank. Wow, geht das schnell. Oh, nice, Leute, nice. Aber ich hab auch schon einen genannt. Also, ich bin schon sehr gut. Hat ihr eben gesagt, better lose focus? Ja. Ich hab's noch im Griff. Oh, nein, doch nicht. Lauf. Voll peinlich, ne? Der ist schon Level 3. Ah, ich bin auch schon Level 3. Okay. Geh ich gerade? Geh ich gerade? Ja, ich wollte doch gar nicht alleine da hingehen. Ah, jetzt bin ich gleich dort, ne? Ey, diese blöde Kuh rennt etwa von alleine rum. Kann man die irgendwie auf passiv stellen oder so? Oh, oh. Ah! Schneller! Oh, fuck. Das war ja mal ultra knapp. Okay, das sind all Items. Aber ich hol mir nur die recommended. Ich hol mir noch den Schuh, dass ich schnell da fortrennen kann. Ah, jetzt kann man sich den Berserker-Schuh holen. Da brauchen wir dann extra Zeug noch dafür. Also, wir brauchen das hier. Bye. Aber darum geht's mir jetzt nicht. Ich will doch... Jetzt hab ich meinen Scheiß verschossen. Das will sie. Das will sie, dass ich das mache, ne? So, was... Fehlt mir hier alles? Das hier fehlt mir? Oder was? Ja, ne? So, das hier fehlt mir auch. Okay, das hier fehlt mir auch. Dafür hab ich keine Kohle mehr. Gut. Das muss ich dann so langsam hoch... Hochbauen. Da muss ich mich dann hochkämpfen. Komm ich irgendwann mal an? Ich sage mal, die ist vielleicht langsam... Ah, ich hab ja F. Bam! Ultra-Double-100-Monster-Kill. Und jetzt zerfischt mir gleich diesen Scheiß. Ich mach das hier mal noch hoch. Äh, wo bin ich denn jetzt? Warum läuft denn die schon wieder da rum? Ich hab mein Enemy geslayt. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Double-Kill. Boah! Ich bin wirklich ein richtiger... Äh, äh, Fuchs. Okay, ich geh kurz ein bisschen weg. Und mach von hier weiter. Ich mixe noch nicht ganz hier mit dieser Kuh-Attacke. Guck mal, jetzt kann ich's einsetzen. Klar, das hat ja auch die Farbe gehabt. Ja, ja. Das hat ja diese Farbe eben auch gehabt. Aber... Hält das jetzt so lange, oder was? Wie lang geht denn das? Für vier Sekunden. Stacking up to four times. Ah, okay. Also jetzt kann ich's nochmal machen, oder? Kleinig ist's kaputt, der verschissene Tower. Ich hab mich versteckt. Und jetzt... Achtung. BAM! Hat er... Oh, scheiße. Er springt hier rein. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Oh, ich hab zwei Tränke. Ich hab... Ach, den ganzen Scheiß hat man da noch dabei, oder wie? Ah, super. Gar nicht mal gut, ne? Okay, und schon gehen wir ran. Mir wurde übrigens gesagt, ich soll unbedingt diesen Timo spielen, oder Temo, oder Tewo, oder wie er heißt. BAM, 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 BAM. Ich schick dich. Huhu. Ich bin so unstopper. Ist mir doch egal, Mann. Ich mach hier alles down. Scheiß auf die Allies, verstehe ich. Was für ein Popliga-Turm. Ich hau alles drauf, was ich hab, Alter. Uh. Ha, ha, ha. Easy. A Terry. Oh, wer kommt denn da angerannt? Wer ist etwa in Humongolus? My anus is steady. Hey. Also, dieser, dieser krasse Schuss gefällt mir sehr gut. Dieser Überschuss. Ich hab sie nochmal ge... Ah, ha, ha. Gebummst, Mann. Ich bleib jetzt hier vorne, denn ich hab eh die Tränke dabei. Und ich kann auch noch, ich kann mich auch noch heilen mit D. So. Jetzt bleib ich einfach hier und greif direkt das Teil an. Da kommt diese kleine Trulle angerannt. Ich hab ein Auge auf die. Aber die haben keine Chance gegen uns. Ja, aber keine Chance. Ich weiß, es ist auch ein bisschen affig, klar. Weil ich gegen Bots spiele. Aber hey. Jeder hat mal klein angefangen, okay? Dieser Pfeil, den ich eben geschossen hab. Meine R-Attacke. Der fliegt zwingend irgendwo durch und macht dabei auch keinen Schaden. Oder macht er Schaden? Oder... Jetzt machen wir den ja gerade mal down, ne? Ähm, wo bist du denn, du Sack? Irgendwie... Wow. Wow, wow. Warum ist das hier so komisch blau? Was heißt das jetzt? Oh, scheiße. Geh weg, du kleiner Bär. Guck, wie süß der ist. Naja, das ist halt süß. Das ist eher eklig. Gut. Jetzt gehen wir nach Hause und kaufen uns noch diese krasse Klinge. Ich weiß, dass wir gut sind. Ich weiß es. Das sind halt eben Bots unter meiner Leitung. Logisch, dass die reinhauen. Jetzt sind die Items hier unten weg, ne? Die werden dann automatisch benutzt. Jetzt meine Frage an euch. Wenn ich jetzt diese zwei Blades hab, dieses und dieses, Daron's Blade und Bums, die 8 Damage hab ich auf meinen Kram drauf und ich hab aber auch diese 75 drauf. Also die addieren sich immer weiter zusammen. Ich könnte mir fünf Stück von denen holen und hätte dann das fünffache, ne? Liege ich dir richtig, Light? Liege ich dir richtig? Und noch eine Frage. Kann ich hier auch davon ausgehen, dass das ja eben das Beste ist? Dass ich... Dass das ja nur ein Downgrade wäre oder das hier. Sondern dass das eben das aller, aller krasseste ist. Verstehe ich das richtig? Ha. Oder muss ich doch gucken, was ich halt gern hätte? Jetzt hab ich irgendwelche Röckchen gekauft, okay. Klar, ich spiele Arefra, ne? Jetzt muss ich mal hier an die Midlane gehen. Das geht ja mal gar nicht, was die Leute hier treiben. Das ist total bad. Also diese Lauferei ist ein bisschen suckig. Das wäre geil, wenn man sich beamen könnte. Oh, ho, 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 ho. Dieser Schluss war gar nicht lustig. Ah, und da haben wir gewonnen. Leute, mir gefällt das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich weiß, ihr Pros hockt jetzt da und denkt euch... Wenn der mal gegen Online-Leute spielt, ist er direkt am Heulen. Mal sehen. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. LOL wird jetzt mit aufgenommen in den YouTube-Content. Zumindest mal so die nächsten zwei, drei Wochen umzuschauen, wie es läuft. Gebt einen Daumen nach obbe, wenn euch das Qualle hat und mehr LOL kommen soll. Okay, Allah, ciao.